Ne Newton, wünsche ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Viele von euch haben sich gewünscht, dass wir einen kleinen Check-Up machen Mitte der Saison, wie die ganzen Teams so dastehen, was man vor der Saison gedacht hätte, wo es jetzt zur Zeit hingehen könnte, so wie es nach der ersten Hälfte der Saison aussieht, wie gesagt. Ich habe gedacht, ich splitter das Ganze, weil ich glaube, dass kürzere Videos auf den Sonntag auch appreciated sind, weil ja dann NFL ist und so weiter und so fort, gerade heute mit dem Deutschlandspiel noch. Ich versuche es vorher hochzuladen, aber mal gucken. Deswegen heißt es, wir gucken uns heute nur die AFC an. Wenn ihr Fan von einem AFC-Team seid, hätte ich sehr gerne entweder vor oder nach dem Video das in die Kommentare geht und mal eure Meinung schreibt. Also was hättet ihr vor der Saison gedacht, wie es läuft und wie läuft es jetzt eurer Meinung nach tatsächlich. Gut, wir fangen an mit den Bills, einfach weil ich das so aufgeschrieben habe. Ich gebe euch immer einen ganz kurzen statistischen Einblick und alle Ranks, die ich euch gebe, also 1 bis 16, sind innerhalb der AFC. Heißt, wenn ich jetzt sage, das Team hat die beste Offense, ist es nicht unbedingt die beste Offense der NFL, sondern die beste Offense der AFC, weil ich die einfach so untereinander ranke und weil wir auch einen kleinen Playoff-Charakter hier mit reinbringen. Bills stand jetzt, stehen 6-2, sind damit momentan das erste Team in der AFC. Das beste Team der AFC, was ganz oben steht, heißt momentan, wären sie in der Bye-Week in den Playoffs Woche 1, hätten frei und würden danach den schlechtesten verbleibenden Seed zu Hause in Buffalo spielen. Haben die zweitbeste Offense und die beste Defense in der AFC und ein Punkte-Differential, was auch beste ist in der gesamten NFL mit plus 102. Also schon eine sehr beeindruckende Saison. Wirkt vielleicht jetzt gerade zur Zeit nicht so, weil das letzte Spiel, was wir von denen gesehen haben, ein bisschen negativ war. Aber heute spielen sie auch gegen die Vikings. Jetzt gerade kam die Nachricht, dass Josh Allen wohl starten soll. Also wird ein sehr spannendes Spiel. Ich würde sagen, Erwartungen von vor der Saison komplett erfüllt. Nächstes Team sind die Jets. Die stehen 6-3. Damit das viertbeste Team momentan in der AFC. Das Ganze ist schon ausgerechnet von oder nach ESPN-Kriterien, beziehungsweise sind natürlich die gleichen Kriterien. Aber wenn hier ein Fehler drin ist, dann möchte ich die Schuld abschieben auf ESPN. Haben momentan deswegen die beste Wildcard, die es gibt. Würden also spielen bei den Titans zur Zeit Wildcard Woche 1, wenn jetzt die Saison vorbei wäre. Haben nur die elftbeste Offense, da hätte ich gedacht, die wären ein bisschen besser. Und die viertbeste Defense. Nochmal für alle, die vielleicht noch nicht ewig auf dem Kanal sind. Erstmal schön, dass ihr da seid. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann, wie könnt ihr es wagen? Ich gehe eigentlich immer, wenn ich euch Statistiken gebe und Rangfolgen, gehe ich nach Punkten pro Spiel und nicht nach Yards pro Spiel. Können wir gerne drüber diskutieren. Habe ich schon tausendmal gemacht. Es gibt Leute, die haben Yards pro Spiel lieber. Es gibt Leute, die haben Punkte pro Spiel lieber. Letztendlich hilft beides nicht wirklich. Man braucht eigentlich immer Advanced Stats. Das wird mir dann zu kompliziert für Videos. Deswegen benutze ich Punkte pro Spiel. Jets sind plus 39, was Punkte Differential angeht. Also haben 39 Punkte mehr erzielt als bekommen sozusagen. Oder mehr erzielt als zugelassen. Ist eine stabile Saison. Ich glaube, viele hätten erwartet, dass die Jets einen kleinen Schritt nach vorne machen vom letzten Jahr. Aber dass es so ein deutlicher Schritt ist, dass sie Stand jetzt sogar auf einem stabilen Playoffweg sind. Weiß nicht, ob das so viele gedacht hätten. Also überzeugende Saison. Dolphins stehen auch 6-3 und wären momentan das fünftbeste Team in der AFC. Hätten damit den Nummer 6 Seed im Playoff-Ranking. Und wären das Wildcard-Team, was gegen die Ravens spielt, bei den Ravens. Wenn ihr euch wundert, wie die das fünftbeste Team sein können, aber Nummer 6 in den Playoff-Rankings sozusagen. Also Nummer 6 Seed für die Playoffs. Das ist natürlich, weil 1 bis 4 die Division-Sieger sind. Und erst danach geht es dann nach Racket. Du könntest ja einen zum Beispiel total schlechten Division-Sieger haben, der mit, was weiß ich, 5-12 die Division gewinnt. Und der wäre dann trotzdem mindestens Seed 4. So, Dolphins auf jeden Fall. 6 beste Offense. Und zusammen mit den, muss ich mal kurz gucken, Browns, die 13-beste Defense in der Liga. Also es gibt quasi nur 2 Teams, nicht in der Liga, in der AFC natürlich. Nur 2 Teams in der AFC, die eine schlechtere Defense haben nach Punkten pro Spiel. Das sollte auf jeden Fall zu denken geben. Aber da kam dann natürlich noch der Bradley Chubb-Trade dazu, der die Defense theoretisch besser machen sollte. Was mir persönlich noch mehr zu denken gibt, ist, dass ich nicht gedacht hätte, dass die Dolphins einen negativen Punktestand haben. Gerade mit einem 6-3-Record minus 11 zu sein mit Punkten ist schon interessant, sage ich mal. Man kann es negativ sehen und sagen, oh, vielleicht ist 6-3 vielleicht doch ein bisschen besser, als sie bisher performen. Die Defense lässt ja doch noch relativ viel zu. Oder man kann es auch positiv sehen und sagen, ey, die knappen Spiele gewinnen wir. Das ist ein Zeichen für ein gutes Team. Dolphins sind, glaube ich, auch ziemlich genau auf Erwartungen. Vielleicht sogar für die pessimistischen Leute ein bisschen über den Erwartungen. Letztes Team in der AFC East. Wir haben die Patriots stehen momentan 5-4. Damit Nummer 8 Team in der AFC. Wäre quasi das erste Team aus der AFC, was nicht in die Playoffs kommt. Ärgerlich natürlich neuntbeste Offense und drittbeste Defense in der AFC nach Punkten pro Spiel. Also Offense unterdurchschnittlich, aber nicht doll und Defense doch schon sehr, sehr gut. Punktemäßig tatsächlich bei plus 37. Was natürlich damit zu tun hat, dass sie, ich glaube, einmal zu 0 gespielt haben und einmal zu 3 oder so. Also auf jeden Fall schon teilweise sehr, sehr dicke Siege bei hatten. Ich meine, allein der komplette oder fast der komplette Punktestand mit plus 37 wird gedeckt, weil sie im Lions-Spiel alleine schon plus 27 waren. Also das kommt dann von solchen Spielen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht vor der Saison, dass sie so gut dastehen. Ich glaube, die Offense wird jetzt die nächsten Wochen wieder noch ein bisschen nach unten fallen. Da fehlt einfach ein bisschen was. Aber dass die Defense immer noch auf 3 ist in der AFC, das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend und spricht für Belichick. Ravens stehen 6-3. Damit das drittbeste Team zurzeit in der AFC. Hätten auch den Nummer 3 Seed und würden in der Wildcard, wie eben schon erwähnt, gegen die Dorfens spielen. Allerdings zu Hause. Haben nach Punkten pro Spiel die drittbeste Offense und die neuntbeste Defense. Also quasi genau wie die Patriots eben bloß umgedreht. Heißt die Fans ein bisschen unterdurchschnittlich und die Offense dafür ziemlich, ziemlich gut. Punkteschnitt auch fast wie bei den Patriots, plus 39. Und ich denke auch tatsächlich, die Teams sind auf einem ähnlichen Level. Beziehungsweise denke ich, die Ravens sind natürlich ein bisschen besser. Einfach weil da mehr Potenzial drin steckt. Ich glaube, die Patriots sind logischerweise sehr, sehr gut gecoacht, spielen sehr diszipliniert. Gap sound, technically sound, bla bla bla. Aber ich glaube, bei den Ravens ist einfach noch deutlich mehr Potenzial einfach in den Spielern drin. Ja, ich glaube, die Saison läuft auch so ungefähr, wie man es erwartet hätte. Vielleicht hätte man gedacht, dass die Defense ein bisschen besser spielt von den Spielern her oder ein bisschen mehr eincrashed, weil Martindale weg ist. Also, ne. Nächstes Team, Bengals stehen 5-4, sind momentan der Nummer 9 Seed in der AFC, also in der unteren Hälfte und würden nicht in die Playoffs kommen, wäre jetzt die Saison vorbei. Haben die viertbeste Offense und die achtbeste Defense nach Punkten pro Spiel, also Defense genau in der Mitte irgendwo. Also, punktemüßig plus 43, also sogar ein kleines Stückchen besser als die Ravens. Interessant ist bei den Bengals halt total, dass wir nicht die ganze Zeit so ein Lala-Team haben, was halt der 5-4-Rekord irgendwie so einem denken lassen würde. Sondern, dass wir mal ein sehr gutes Team haben und mal ein ziemlich schlechtes Team. Und ich glaube, die müssen sich einfach ein bisschen besser eingrooven. Bin sehr gespannt darauf, wann Chase zurückkommt und was das für einen Einfluss haben wird. Aber ich glaube, die Bengals sind auch noch auf einem ziemlich guten Playoff-Kurs und müssen sich ansonsten keine Gedanken machen. Browns sind 3-5, damit das 11. beste Team der AFC. Nach Punkten pro Spiel trotzdem die 5. beste Offense in der AFC. Und die Defense, hatte ich vorhin schon erwähnt, bei den Dolphins ist die 13. beste. Also, die werden auch definitiv defensiv im Stich gelassen. Für ein 3-5-Team trotzdem interessant, die sind plus 1. Also, die Dolphins zum Vergleich sind 6-3. Browns, wie gesagt, sind 3-5. Und trotzdem haben die Browns einen besseren Punkteschnitt und zwar um 12. Ist ganz interessant, wie sowas laufen kann. Aber das hat natürlich was damit zu tun, dass man so viele knappe Spiele hat in der NFL, die dann in die ein oder andere Richtung gehen können. Wenn es dann ein Trend ist, dass du deine knappen Spiele häufig verlierst und dann 1-2-mal hoch gewinnst, zack, bist du im positiven Punkte-Differential und hast trotzdem einen negativen Rekord. Äh, Browns sollten, glaube ich, abwarten, wie die ersten paar Spiele mit Watson aussehen und dann weiß man genaueres, wo die Saison hingeht. Denn mit 3-5 bist du natürlich nicht ewig weit weg aus den Playoffs. Wildcard-Spot 7 hat gerade einen 5-3-Rekord, also ist nur 2 Punkte weiter oder 2 Spiele vorne sozusagen. Das ist natürlich alles noch aufholbar. Aber wir müssen sehen, wie Watson aussieht. Und, äh, ist ein bisschen schade. Ich hätte gedacht, selbst ohne ihn sind die Browns besser dran, bis er wiederkommt. So, die Steelers stehen 2-6, sind damit das 15.beste oder auch das zweitschlechteste Team der AFC. Ähm, die Offense ist momentan die 15.beste Offense, also auch da die zweitschlechteste Offense. Und die Defense ist die 12.beste, also auch das ziemlich am unteren Ende. Und was noch krasser ist, Punkte-Differential. Nicht nur in der AFC, sondern in der kompletten NFL mit Abstand das Schlechteste mit minus 77. Das ist nach 8 Spielen schon wirklich bitter. Ähm, damit aber trotzdem noch 2 Siege mitzunehmen, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Der erste war natürlich auch super knapp gleich gegen die Bengals und so passiert das, wie gesagt. Äh, bloß halt andersrum als bei den Browns, würde ich sagen. Beziehungsweise nicht wirklich andersrum, weil der Rekord nicht gut ist. Aber ist ja auch relativ egal. Äh, ja, das ist auf jeden Fall zu viel. Wir werden natürlich einen Abtick sehen in der Defense, wenn TJ Watt jetzt wieder da ist. Und ich weiß ehrlich nicht, ob man die Saison so schlecht erwartet hatte vorher. Ähm, aber da sieht man mal wieder, wie wichtig ein Quarterback ist, ne? Und wie wichtig auch eine O-Line ist. Und da ist bei den Steelers zur Zeit halt wenig los. Aber wer jetzt diese Saison, ich hab da tatsächlich schon mehr Leute gesehen, als man glaubt, anfängt an Tomlins Stuhl zu sägen, ist dumm. Nächstes Team, wir haben die Titans, stehen momentan 5-3. Damit das sechstbeste Team der AFC. Aber weil Division-Anführer, Division-Anführer, klingt geil, sind sie der Nummer 4-Seed. Also der sozusagen schlechteste Division-Sieger zur Zeit. Würden damit eine Wildcard spielen gegen die Jets. Ich hätte gerade beinahe gesagt, bei den Jets. Hatten wir ja vorhin auch schon erwähnt, als wir über die Jets geredet haben. Die Offense ist momentan die 12-Beste, also das läuft nicht wirklich rund nach Punkten pro Spiel. Und die Defense ist zusammen mit den Jaguars die 5-Beste in der AFC. Das ist also ziemlich gut. Interessant mit einem 5-3-Record, trotzdem negative Punkte. Differential wieder minus 9. Also ähnlicher Sachverhalt wie bei den Dolphins. Haben vielleicht den Vorteil, dass die Division deutlich schlechter ist als die AFC East. Und dass es momentan relativ einfach aussieht, da durchzumarschieren. Haben dann glaube ich offiziell 2,5 Punkte Vorsprung vor den Codes. Also das läuft schon alles auf Playoffs hinaus. Und in den Playoffs herrschen dann sowieso andere Regeln. Und die Defense sieht eigentlich gemacht für die Playoffs aus. Die Titans sollten natürlich auf Kaltwetterspiele hoffen. Ich glaube bei den Chiefs in Kansas City wird es kalt auf jeden Fall. Es ist Missouri, ne? Nicht krass kalt, aber es sollte auf jeden Fall kalt werden. In Buffalo wird es natürlich sowieso kalt. Und in Baltimore wird es auch kalt. Das heißt, wenn die Titans weiterkommen, die erste Runde bei sich zu Hause überstehen. Tennessee wird es nicht so kalt. Aber danach, relativ egal zu wem sie fahren müssen, da wäre es dann ziemlich kalt. Und das Team ist eigentlich dafür gemacht. Also sieht gut aus. Codes sind 3,5,1. Damit das zehntbeste Team der AFC. Die schlechteste Offense in der AFC, was crazy ist. Und die siebtbeste Defense. Die Punkte Differential von minus 51 ist das zweitschlechteste in der kompletten NFL. Übrigens, wie gesagt, wenn ich Zahlen irgendwo vertan habe. Sorry, ihr könnt das gerne fact checken. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, weil ich nicht sehr müde war, als ich diesen ganzen Listkram hier aufgestellt habe. Das ist natürlich eine extreme Enttäuschung. Ich hätte vor der Saison gedacht, jetzt kommt Matt Ryan noch. Und das ist genau der Quarterback oder der Typ Quarterback, den die brauchen. Jetzt wird angegriffen. Nope, nichts wurde angegriffen. Headcoach ist weg. Offensive Coordinator ist weg. Jetzt Skandal. Also Low-Key-Skandal beim Einstellen vom Interim-Set-Coach. Also geht alles drunter und drüber bei den Codes und geht überhaupt nicht Richtung Playoffs. Nächstes Team, Jaguars. Sind nur 2-6. Sind damit quasi das 13. beste oder sozusagen das viert schlechteste Team in der AFC. Haben die 10. beste Offense. Und wie gesagt, zusammen mit den Titans die 5. beste Defense. Also das ist echt gar nicht so schlecht. Und nach Punkten pro Spiel, obwohl sie einen schlechteren Rekord haben als die Codes, einen deutlich schlechteren Rekord haben als die Titans, sind sie plus 21. Das ist echt nicht schlecht. Das ist, glaube ich, das 5. oder 6. beste von dem, was wir bisher hatten. Oder das 6. und 7. beste von dem, was noch kommen wird. Also die Jaguars, das bestätigt auch so ein bisschen meine Meinung, dass sie deutlich besser spielen als das, was sie zeigen. Häufig knappe Spiele verloren, was einfach auch ein bisschen noch mit dem Alter zu tun hat. Also man hätte vielleicht vor der Saison gehofft, dass es besser aussieht jetzt, wenn man sich nur den Rekord anguckt. Aber wenn man sich die Spielweise anguckt, hätte man, glaube ich, nicht viel mehr erwarten können. Ich wäre damit als Jaguars-Fan eigentlich schon echt relativ zufrieden. Und obwohl da hinten ein altes Jaguars-Jersey hängt, bin ich natürlich kein Jaguars-Fan. Das ist nur, weil ich Ramsey-Fan bin. Nächstes Team. Texans sind 1-6-1. Also ein Sieg, sechs Niederlagen, ein Unentschieden. Sind damit das schlechteste Team der AFC. Haben die 13. beste Offense. Offense und die zehntbeste Defense. Habe ich eben bei den Jaguars. Ach nee, die Jaguars waren insgesamt 13. So war es. Ja, also sowohl Offense, Defense läuft alles nicht so rund. Sind mit minus 50 das drittschlechteste Team, was Punkte-Differential angeht in der NFL. Aber auch da interessant. Nur einen Punkt besser. Oder was heißt nur? Generell besser als die Colts. Aber whatever. Also ja, das sollte natürlich jetzt auch gegessen sein, die Saison. Heißt, was man die restliche Saison sich angucken sollte, ist, ist Davis Mills unser Quarterback oder ist er es nicht? Denn das ist die wichtigste Frage. Natürlich muss diese ganze Evaluation auch auf anderen Positionen stattfinden. Das heißt, haben wir genug Receiver, um zu gewinnen? Sind die Receiver geil? Haben wir einen bestimmten Typ-Receiver, den wir brauchen? Brauchen wir Tight Ends? Brauchen wir Defensive Ends? Brauchen wir Offball-Lightbacker? Was für ein System wollen wir nächstes Jahr spielen? Haben wir unseren Headcoach? Sowas. Und dafür sollte die restliche Saison benutzt werden. Denn wenn man jetzt einfach nur so vor sich hinspielt, wäre es ein bisschen Verschwendung. Playoffs sind natürlich aus dem Rennen. Deswegen, ja, ich glaube, man hatte ungefähr damit gerechnet, dass die Texans-Saison so läuft. Nächstes Team, wir haben die Chiefs, sind 6-2. Damit das zweitbeste Team in der AFC, dementsprechend logischerweise auch den Nummer 2 Seed in der AFC, würden momentan Wildcard spielen gegen die Chargers zu Hause. Haben die beste Offense nach Punkten pro Spiel in der AFC und allerdings nur die elftbeste Defense. Also das ist nicht so geil. Punkte Differential ist trotzdem plus 54, könnte besser sein. Und bei den Chiefs muss man halt auch dazu sagen, dass sie so ein Team sind. Da gibt es unterschiedliche Arten von Teams, aber wenn die relativ hoch führen und ins vierte Viertel reingehen oder so, bei den Chiefs hat man manchmal den Eindruck, dass da ein bisschen früh oder früher als bei anderen Teams zumindest die Luft raus ist. Und dann kommen da immer noch ein paar Garbage-Points gegen sie drauf. Also bei den Punkten Differential würde ich mich jetzt hier nicht zu sehr dran aufhängen. Und das ist halt auch sowieso das Zweitbeste, was wir haben in der AFC. Also hey, aber nur jetzt, dass man nicht denkt, oh mein Gott, die sind fast halb so viele Punkte, nur im Positiven wie die Bills und bla. Das Spiel gegen die Bills war interessant, aber auch das sollte jetzt erstmal nicht mehr relevant sein. Denn wenn dann die Playoff-Time da ist und wenn die dann vielleicht nochmal gegeneinander spielen, ganz anderes Game. Wir haben neue Verletzungen, wir haben Spieler, die wiederkommen und so weiter. Deswegen, ja, Chiefs-Saison läuft auch so, wie man es erwartet hatte. Vielleicht sogar ein bisschen besser, weil manche Leute da ja ein bisschen schwarz gemalt hatten, wegen Terry Hill und dem Abgang von ihm. Chargers stehen 5-3, sind damit das siebtbeste Team in der AFC und haben auch den Nummer 7 Seed. Stand jetzt würden also Auswärts spielen in der Wildcard gegen die Chiefs. Bei den Chiefs in Kansas City haben die siebtbeste Offense und die schlechteste Defense in der AFC. Und das ist fatal. Du kannst mir nicht ernsthaft sagen, die Spieler aufziehen, die da in der Defense sind und sagen, Ja, nach Punkten pro Spiel übrigens die schlechteste Defense in der AFC. Was zum Teufel passiert da? Und selbst offensiv, die siebtbeste Offense, kritisch. Heute spielt Keenan Allen wieder nicht. Der ist jetzt, glaube ich, über zwei Monate oder ungefähr zwei Monate. Ja, zwei Monate ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn wir erst in der Woche zehn sind. Oder kommt das hin? Ist auf jeden Fall schon extrem lang raus mit seiner Hamstring-Verletzung. Also ich bin mir da nahezu sicher, dass sie zwischendurch einmal aufgerissen ist. Aber whatever, Chargers sind auf jeden Fall bei minus 22 im Punkte-Differential. Also die können auch vom Glück reden, dass sie 5-3 sind. Überhaupt gefällt mir gar nicht diese Saison. Ist crazy zu sagen über ein Team, was auf Playoff-Kurs ist. Aber einfach vom Roster her müssten die viel weiter oben sein. Also da gucke ich mit einem bösen Blick die Coaches an. Ungefähr so. Broncos sind 3-5, damit das zwölftbeste Team in der AFC, haben die vierzehntbeste oder drittschlechteste Offense der Conference und allerdings auch die zweitbeste Defense nach Punkten pro Spiel, nur hinter den Bills. Und natürlich eine extrem gute Passing-Defense. Das Interessante ist, die Rushing-Defense von denen ist gar nicht so krass. Aber dadurch, dass die Passing-Defense so krass ist, No-Fly-Zone. Oh, war die No-Fly-Zone sogar das erste Mal? Dennoch? I don't know. Auf jeden Fall sind die damit noch ganz gut dabei, defensiv oder sehr gut dabei sogar, defensiv. Punkte-Differential, minus 11 nur, werden halt wirklich auseinandergenommen von ihrer fatalen Offense. Mal gucken, ob die Bye-Week da jetzt ein bisschen geholfen hat und ob die jetzt besser aussehen. Die Broncos stand jetzt. Ich habe es vorhin gesagt, bei den, wo habe ich drüber geredet, bei den Browns mit 3-5 bist du natürlich noch nicht aus dem Playoff-Rennen raus. Du hast ja in der Division auch noch wichtige Spiele und gegen direkte Konkurrenten um die Wildcard und so weiter. Aber sollte mit dem Roster auch deutlich besser sein eigentlich. Raiders sind 2-6. Damit das drittschlechteste Team in der AFC. Haben die achtbeste Offense immerhin, also ziemlich in der Mitte. Und die zweitschlechteste Defense in der AFC. Das ist fatal und sehr enttäuschend. Haben Punkte-Differential von minus 18. Ist nicht gut, aber für einen 2-6-Record halt auch nicht fatal, sondern halt so ungefähr das, was man erwartet. Vielleicht würde man sogar erwarten, dass sie einen Ticken weiter unten sind. Im Vergleich dazu, die Steelers haben den gleichen Rekord und sind fast, oh jetzt muss ich, oh jetzt, Kopf rechnen. Uff, sind fast 60 Punkte schlechter. 59. Also ja, das könnte schlimmer sein auf jeden Fall. Aber am Ende kann man sich davon nichts kaufen, selbst wenn die plus 300 wären im Punkte-Differential. Am Ende zählt der Rekord. Und mit 2-6 ist der Schritt zu den Playoffs halt ziemlich weit weg. Und man muss halt auch noch dazu sagen, dass es nicht so ein 2-6 ist, wo man sich jetzt an den Kopf fasst und sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade erst gemerkt, die Raiders sind 2-6, wie können die 2-6 sein? Spielen einfach keinen guten Football dieses Jahr und das zieht sich durch die komplette Saison bisher. Und wir haben jetzt halt auch schon eine relativ große Sample-Size von acht Spielen. Also das sieht ein bisschen fatal aus bei den Raiders und die sind auf jeden Fall ganz weit oben, wenn es darum geht, wer die größte Enttäuschung ist dieses Jahr. Das war es mit dem Video. Ich habe es so kurz gemacht, wie ich konnte. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.